Jetzt glaube ich, dass mir das Lied langsam... Ja, ich glaube, dass ich das Lied kaufe. Also, ist es nicht immer so... Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser heutigen Ausgabe. Moin moin. Hallo. Wir wollen ja nicht immer nur Tastings machen. Deswegen machen wir heute etwas anderes. Und zwar wollten wir uns ja mal so schlau machen, was es noch so an anderen Dingen gibt, die man mit Bier machen kann. Oh, jetzt ahne ich Böses. Was ahnest du denn? Irgendwas Gesichtscreme? Nee, 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 das habe ich so eingeleitet, dass man darauf kommen könnte. Wir trinken es trotzdem. Oh, das ist gut. Aber... Ich hole es kurz. Okay, alles klar. Drangeblieben. Wir können es mal philosophieren. Erstmal... Okay, das sieht nicht so schlimm aus. Das kommt ja auch gleich jetzt. Also, wir haben hier Guinness Extra Stout. Extra Stout. Das ist die erste Zutat, die wir brauchen. Das ist ja erstmal noch nichts Schlimmes. Nö. Das schmeckt sogar. Wusstet ihr, dass das nicht das Standard Guinness ist? Ja. Ich nicht. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber ich wusste, dass das Extra Stout nicht das Stout ist. Gibt es sogar bei Sky um die Ecke. Hätte ich auch nicht gedacht. Und Stichwort Black Velvet. Was sagt euch das? Ehrlich gesagt sagt mir das nicht mal, was es heißt. Ich weiß nicht, was wir hinterher sind. Samt. Samt? Samt. Sagt euch eh nichts. Aber das Lied, kennt ihr das Lied? Ja. Ach, ich hatte gehofft, dass du irgendwie anfängst, blöd rumzusingen. Nö. Ich singe sehr oft blöd rum. Ich kann das nicht. Du auch mal vor, dann. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kenne nicht mal den Text. Das heißt aber Black Velvet. Das ist so ein NDR 2 Lied. Erste Zutat. Was sollst du jetzt wieder gehen? Jetzt wird es. Ja, ich bin gleich wieder da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was fährt der Mann hier auf? Oh nein. Oh nein. Du weißt, dass es heute Sonntag ist, ne? Es ist ja auch Neujahr quasi. Und darauf wollte ich mit euch anstoßen. Ah, süß von dir. Nein, Black Velvet ist ein Cocktail aus Stout und Sekt. 1861, da ist so ein berühmter Mann der britischen Königin gestorben. Prinz Albert nämlich. Und dann haben die sich in dem Brooks Club in London gedacht. Und dann müssen wir, um ihn zu ehren, ein Trauergetränk trinken. Und dann ist es das geworden. Stout mit Sekt. Ich bin grundsätzlich stark dagegen, Bier zu mischen. Ich auch. Aber bei Bier-Cocktails, ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Die anderen waren, die anderen waren irgendwie alle, jetzt geht das wieder los hier. Die anderen Cocktails waren alle irgendwie aufwendig und teuer. Und das hier war irgendwie einfach und billig. Ich mache es aber nie auf. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Man soll erst den Sekt reinschütten. Und zwar halb, halb. Oh, Alter. Soll ich die Biere schon mal öffnen? Ah, ja. Dauert es uns alles wieder so lange, ne? Wir müssen es ja nicht normal aus Sektflöten trinken. Kadi hat auch schon Bock, glaube ich. Ja, sie steht da schon so drauf. Ja, halb, halb ist schwierig bei solchen Glädern, ne? Ja. Ach so, und das soll man jetzt, das soll sich im besten Fall, ich weiß nicht, ob das geht, nicht mischen. Ich habe einen netten Zeitungsartikel dazu gelesen aus der Zeit, glaube ich. Es soll sich nicht mischen? Ja, erstmal nicht, damit es gut aussieht. In dem Zeitungsartikel stand, die Einleitung war irgendwie, diesen Cocktail bestellt man sich eigentlich nur ironischerweise, weil es gar nicht schmecken kann. Okay, alles klar. Da wissen wir schon mal Bescheid. Tiefer rein halt, oder? Also lassen wir das so? Ich würde es so machen. Ja, das... Super. Das mischt sich wirklich gar nicht. Geht doch. Gute Idee gewesen mit dem Löffel. Krass, es mischt sich wirklich gar nicht. Wollt ihr ohne Löffel? Ich würde es mal selbst versuchen, ob ich es vielleicht auf irgendeiner... Jetzt hast du aber nicht hälfte Hälfte, also nicht mal Annäherungsweise, oder? Meinst du? Also mehr Bier oder es? Hätte ich jetzt gedacht, oder? Ja, wir können das ja noch ein bisschen gucken. Aber genau so hast du es eben auch gemacht, ne? Ja. Wie soll das denn gehen, ey? Das hat doch überhaupt... Das ist besser. Aber ja, nee, auch nicht. Das stinkt ein bisschen nach Klostein. Ja, normal sollen wir das auch mit Champagner machen. Ah, mit Champagner hätte es sich wahrscheinlich auch... Ja, mit Champagner würde es auch schmecken, wahrscheinlich. Wie so eine Lavalampe hätte es ausgesucht. Ich habe es mir genommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen trocken und süß. Der Mann ist kompromissisch. Ah, ich habe es einfach drauf. Nein, aber ich bin mal gespannt, ob das wirklich so kacke ist. Aber es riecht nur nach Sekt. Genau, genau das wollte ich gerade sagen. Mein Sekt stinkt. Es riecht abgeschwächt einfach. Es riecht nicht so doll, wie der Sekt vorher alleine gerochen hat, aber es riecht nur nach Sekt. Dann kann man ja... Ich mag keinen Sekt, ich tue da immer erst mal Bier rein. Dann geht's. In alles. Ich muss unbedingt Sekt trinken. Ja, ich kann jetzt zum Geruch nichts anderes sagen. Das ist sogar auf der Homepage von Guinness. Werden die auch mit diesem Cocktail? Black Velvet. Also auf Prinz Albert. 1861. Prinz Albert. Schwarzer Sand. Trauer. Trauergetränk. In Gentleman's Club. Brooks. Klapp. Mir geht's wahrscheinlich wirklich nach traurig. Ich schmeck nur Sekt. Ich find's nicht schlechter als normalen Sekt. Ja, da kannst du aber auch nur Sekt trinken. Da kannst du das Bier auch sparen. Ja, also... Das ist irgendwie nix. Klapp. Fertig. Aber ich merk, ich schmecke... Das Bier kaum noch. Kein Bier raus. Nee. Ich schmecke, dass es halt anders schmeckt als Sekt, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was da für ein Bier drin ist, wenn ich das nicht sehen würde. Aber wie krass dominant der Sekt ist, ne? Also... Normal sag ich ja immer, probiert das mal. Aber hier nicht. Also doch, Predikat, nicht besonders wertvoll. Ja, vor allem... Weißt du, was der Spaß kostet jetzt? Fünf Euro. Alles? Oder nur der Sekt? Das Karma-Sekt kostet nie gekauft. Ach, ich weiß auch gar nicht mehr, was... Ich glaube, der Sekt hat fünf Euro kostet. Ja. Oh, scheiß Sekt, ey. Also, ja. Noch mal betonen. Ja, lass es lieber sein. Es ist jetzt Sekt light, aber... Bier gehört halt nichts anderes rein als Bier. Kann man wirklich lassen. Aber jetzt wissen wir endlich, was Black... Jetzt glaube ich, dass mir das Lied langsam... Ja, ich glaube, dass mir das Lied... Also, ist es immer so... Genauso. Aber so mache ich jedes Lied nach. Ja, guck mal, wir sind schon an einem Tee. Das ist doch gut. Wunderbar. Lass uns noch zum Abschied einmal auf Prinz Albert. In stillem Gedenken. Nachdem ist auch... Der Penis, ne? Das Penis... Das kennst du. Ja, klar. Ja, das Penis-Piercing. Penis-Piercing. Penis. Angeblich... Es hat ihn in seiner Reit... Also, es gibt mehrere Legenden. Und das ist man weiter nicht ja bestimmt. Aber angeblich hat es ihn in seiner Reithose... Hat ihn sein... Sein Gemächt gestört. Deswegen war da ein Ring dran. Und mit diesem Ring hat er dann sein Ding... An die Reithose so ranklabüstet. Damit er da nicht immer so drauf sitzt. Ja. Ja. Stand da. Also, eine Legende. Eine Angst. Aber eine, die mir sehr gut gefällt. Also, er hat sich wirklich... Den Penis gepiercet. Das weiß man nicht. Also, das weiß seine Frau. Ja. Wusste es. Wann ist er gestorben? 1861. 1861. An Tuberkulose oder Magenkrebs. Weiß man auch nicht genau. Hm. Oder, äh... An blutiger Reiterhose. Vielleicht für den Damm ausgezogen. Wir lernen doch was in diesen Videos. Aber zu diesem Getränk... Sag nicht, dass ihr bei uns nichts lernt. Wer Anregungen hat zu einem vielleicht etwas besseren Biercocktail... Ärztlich immer dazu aufgefordert, das reinzuschreiben. Immer rein in die Kommentare. Wir testen, damit ihr es euch sparen könnt. Bleibt uns gewogen. Ja. Soll man wirklich... Das ist explizit im... Ja... Verschiedene Rezepte... Das ist so... Das ist so... Das war's für heute.